Nein, es kommt schon. Wenn ihr mir endlich einfach das gebt, was ich brauche, so zum Beispiel mehr als zwei Nager klauen, das wäre doch schon mal... Das wäre doch schon mal was. Damit könnte ich schon mal was anfangen. Okay, ich muss jetzt gucken, ist der Typ jetzt da oder nicht? Ah ja, jetzt ist er da. Sehr gut. Ich muss näher ran. Scheiße, wir finden keinen Tank einfach. Das ist kein Glück in dieser Situation oder in dieser Sache. Das läuft einfach nicht. Aber immerhin ist es jetzt im Burning Crusade wieder so, wie es war. Tanks werden gesucht und heiler und nicht umgekehrt, dass irgendwie die Ds gesucht werden. Hatten wir, glaube ich, mal in einer Folge, dass ich aus irgendeinem Grund die Ds suche. Er braucht jetzt schon die Ds, man. Die gibt es fucking wie Sand am Meer. Das habe ich aber auch schon immer öfters gesagt. Weil die Ds spielen ist viel einfacher als ein Highlight, ich glaube. Oder ein Tank. Aber das sind Dinge, die wissen so ziemlich... das weiß so ziemlich jeder, der WoW gespielt hat. Für eine Weile. Weiß ich, ob ich sie... Soll ich, soll ich nicht? Soll ich noch 16, 14 Stück sammeln? Eigentlich geht das ziemlich schnell. Ja, komm. Fuck it, ich mach das jetzt einfach hier eben schnell. Hier sind zum Glück noch genug von diesen Muggers. Kann ich mir auch die Zeit nehmen und hier nochmal 13 Clown zusammenholen. Jo. Kamst du zu Spielsklaven, Mann? Bist du angetanzt, kamst, ist er schon gestorben. Also, ich bin im Fall, dass du ziemlich cool da stehen wolltest. Nope. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, nächste. Ah, das geht ganz schnell, das haben wir gleich. Hier noch 10 Stück mit unbekannten Pflanzenteilen. Also, besser gesagt, treibe ich zwei Quests voran, das ist perfekt. Das läuft schon so, wie es ist. Das lädt immer noch auf. Den hole ich mir jetzt vom Weiten. Na, hat den Vorteil einfach, dass ich hier nicht unbedingt von diesen anderen Muggern belästigt werde. Okay, noch zwei Pflanzenteilen, sieben Kreiden. Das kriegen wir locker hin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schön, wie er einfach her angetanzt, angelaufen kommt und dann wieder abhaut. Lustiger Geselle. Das muss man eben schon lassen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Diesmal hilft hier ja keiner, ne? Ja. Das war's. Vier Stück. Ja. Immerhin die Pflanzenteile haben wir schon mal fertig. Das ist ziemlich wichtig. Weil die Dinger kriegst du nur, wenn du Gegner fertig machst. Und wenn du Pech hast, dauert das zigtausende von Jahren, bis du mal zehn Stück zusammen hast. Ich hab halt das gute Glück, dass die hier eigentlich ganz gut draufholen. Okay, ich brauch noch zwei Stück. Zwei Stück werden wir doch noch irgendwo wohl organisiert bekommen. Da ist ein, aber das ist dieser Dampfdruck-Macker. Ich brauch zwei. Sicherheitshalber geh ich mal hier rüber und hol mir noch die restlichen zwei. Hier. Meine perfekten Beispiele. Mr. Anderson und Mrs. Anderson. Was? Noch eine zweite Mrs. Anderson? Nein. So war das nicht abgemacht. Na, warte du. So war das nicht abgemacht hier. Es gibt keine zwei Mr. Anderson. Es gibt nur eine. So, ein Abhauen ist auch nicht drin hier. Schnuckiputz. Na, ich kann mich auch nicht davon läutern. Alter, vier Sekunden vollgefroren. What the fuck? Das Ding ist ja voll OP, wenn du das Ding kriegst. Okay, damit hätten wir das Problem gelöst. Du bist jetzt nur noch hier hin und dann sind wir schon fertig. Dann können wir schon in Valor von Terroca rein. Bin ich ziemlich erleichtert. Wir machen ziemlich schnell einen Fortschritt. Zwei Level sind keine Ahnung wie lang. Das ist schon ganz okay. Mein Ding wäre, wie gesagt, ich habe mir gedacht, dass es ziemlich länger brauchen werde, um hier mindestens ein Level abzubekommen. Aber ich glaube, wenn wir immer auch noch zwischendurch in eine Scheiß, in eine Dungeon reingehen, wird das dann doch nicht so lange dauern, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du bekommst für eine Dungeon, die du fertig klickst, 43.000, je nachdem, in welche du reingehst. Das sind in Quests umgerechnet knapp drei Stück. Das ist schon ziemlich viel. Plus Equip plus Quests. Ich bin außer Reichweite. Meistens finanzierst du dir schon ein Level ab. Hundertprozentig. Das ist das einzig Gute daran. So, ich müsste... Ich könnte mal runterspringen und da mal den Rest machen. Da ist doch irgendwo der Boss, den ich besiegen muss. Jo, wenn er nicht mal von zig Babus... Na, ich glaube, ich schaffe auch so. Einmal heilen und dann ist alles drin hier. Bam. Und... Okay, jetzt... Da irgendwo ist der Antwort, genau, Lord Clark. Isaac Clark. Das ist nicht der von Dead Space. Isaac Clark. Ich kann das nicht angreifen. Dieser Zauber ist nicht beruhigt. Get over here, bitch. I'm not done with you here. Kaum zu glauben, dass man dafür... Das witzige ist, bei denen hat man ja wirklich nichts gemacht. Das Gefährliche an ihm war, dass er halt von zwei gebodygert wurde. Und deswegen es verdient hat, eine Drei-Spieler-Quest zu werden. Aber ich erinnere mich daran, das war die einzige Dreier-Quest, die man hier alleine machen konnte. Gerade als Schurke einfach Mäuschen, bam, bam, kaputt, hier verschwinden. Tschüss. Das war ziemlich Pipifucks, Alter. Kaum eine Herausforderung, wie Illidan sagen würde. Okay, irgendwo hier war auch noch die Heizkette. Dann heißt es nur noch hier alles weg, bam, und dann sind wir wieder durch. Also wenn das nicht mein Level abfinanziert, dann weiß ich auch nicht. Das müsste eigentlich, glaube ich, reichen. Oder wie viel brauche ich denn? Ja, das reicht, glaube ich. So, die Heizkette müsste dort gewesen sein. Hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich sehe das Ding schon, also... Sicher. Gut, fertig. Und weg. Was fehlt mir noch? Drei von diesen Motherfuckers, alles klar. Ihr gehört leider nicht zu den Motherfuckers, die ich brauche. Gibt es also einen Hammer in your eye, Alter. Wie schaut es aus? Da ist einer, da ist einer. Ich brauche aber drei, das sind nur zwei. Ich brauche aber drei. Gleich finde ich noch draußen einen, dass wir... An wer hätten wir es hinter uns. Ich muss näher ran. Ich bin aus der Eisweite. Ach, komm her. Lass dich judgen. Okay. Muss ich leider hier vorbei. Auf Wiedersehen. Hinterhin sehe ich aber niemanden, also... Oder? Ist da noch jemand? Nope. Okay, da muss ich hoffen, dass ich draußen da jemanden finde. Gehen wir mal raus. Ich glaube, da müsste aber einer sein. Also mindestens ein Marshall-Lower finde ich da doch. Ich glaube nicht, dass ich hier enttäuscht werde. Ah, hier. Perfekt. Perfektes Beispiel. Bevor du hier diesen komischen Sporegelheit tötest, töt ich mal lieber dich. Das war's. Äh, das... Ich hätte... Ich könnte noch... Ich kann auch, wenn es nicht reichen sollte, kann ich noch den da holen. Und dann müsste es hundertprozentig reichen. Also... Wird mich überraschen, wenn es nicht mehr reicht. Das sind 17.000, die ich immer bekomme. Für die Anführer kriege ich sogar noch mehr. Weil ich für die Schul des Expeditionsdingster-Boomster schon in Erwägung ziehen würde, da nochmal hinzugehen und den zu holen. Gibt halt Crit. Crit brauche ich. Egal, wir schauen erstmal, wie es mir hier aussieht mit, ähm, mit, äh, unserer XP. Wenn das reicht, brauchen wir, können wir uns das sparen eigentlich. Erstmal alles abgeben, bevor wir irgendwas annehmen. Wie kann ich euch helfen? Seid vorsichtig. Jawohl, 17.000. Das gibt hier am meisten Geld. Das gibt am meisten Geld. Klögen die Vorfahren. Sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich glaub, das reicht. Ich bin geehrt. Ja, doch, doch, das reicht, das reicht. Das ist da. 62 ist in. It's in the bag. Seid gegrüßt. It's in the bag. Was wollt ihr, Fremder? Oder nein? Oh mein Gott, das reicht nicht. Aha! Ich bin ja wirklich... Oh, warte, warte, warte. Doch nicht, doch nicht. Es glaub ich, reicht das doch. Ah, ich hab euch ja gedacht. What? Nein! No fucking way. No fucking way. Es reicht doch nicht. Ich müsste da rein... Okay, aber warte mal. Ich komm in die Dungeon rein. Das reicht mir. Also, komm. 62 confirmed. Ich krieg nicht mal die Quests hier. What the fuck? Ich warte, da mach ich hier noch die 62. Ich brauch die 62. Garten, ich krieg die Quests da nicht. Warte, ich muss das schreiben. Äh, wie geht das nochmal? Instanz, ne? Instanz. Brauch schnell 62, sonst krieg ich Quests dort nicht. Warte, das heißt, ich muss hier einfach nur ein paar Johnnies judgeen. Wie viel brauch ich denn? Das ist nicht viel. Wo sind denn hier Gegner? Ich brauch Gegner. Fucking shit. Die können sich... Die können meinetwegen schon mal ohne mich anfangen, da alles zu judgeen. Oh, das ist echt peinlich. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass ich ja wirklich dann noch Dings da brauche. What the fuck? Ich brauch einfach jetzt nur noch ein paar Gegner. Hier. Wie viel krieg ich denn von? Ich habe kein Ziel. Ach, zu wenig. Ich brauch mehr. Fuck me, Alter. Wer hatte das gedacht? Scheiße. Scheiße, scheiße. Damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet. Also nicht mit Level Up, sondern eher damit, dass ich hier verdammt nochmal keine Quests dort bekomme, wenn ich keine 62 bin. Ich dachte, Sklavenunterkünfte easy drin. Arschlecken drin, Alter. Okay, die hab ich jetzt getötet. Ich sollte jetzt schnell abgeben gehen. Die, soviel ich mich erinnere, gibt's da keine großen Quests, wo ich jetzt anwesend sein muss. Das schaffen die erstmal auch zu viert. Ah, Mann. Das ist aber echt bitter. Und ich hab echt Glück. Also man kann wirklich von Glück reden, dass wir gerade kurz vor der... Äh, kurz vor dem Level Up sind. Und ansonsten hätten wir ein Problem gehabt, weil wir die Kack-Quests nicht bekommen. Und ich glaub mir, ich wär nicht da reingegangen, wenn ich, äh, keine, wenn ich keine Quests bekommen würde. Ah, ich hasse das. Jetzt werde ich hier noch von der Allianz attackiert. Nervige Assis. Mit ihren Level 70 denken, sie haben die was drauf. Mann, wenn ich Level 100 bin, komm ich wieder und dann hau ich euch einfach mal einen Schlag weg oder so. Mann, wenn ich mich wieder und dann habe, ich bin, dann habe ich mich wieder und dann habe ich mich wieder und dann habe ich mich wieder.